Ring 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 Bananaphone Soche Leute Bananisch hier, der macht schon voll die komischen Scheißbewegungen Ja, dat bin ich jetzt Ihr werdet mich aber nicht die ganze Zeit so sehen Der mit Maske Ich hab auch Maske dabei Seine Zwergenmaske Ich hab auch dabei Ja, der meinte steht ja Ja, irgendwo so eine alte Zigarre So behindert werde ich jetzt hier in Chatroulette abgammeln Ja, ihr seht richtig so behindert Wuuuuh Mein Auge Aber da ist auf jeden Fall noch der Dicke hier Den man da grad sieht so Mikro muss weit dahin Und dann ist da noch so eine geile Nuss Nougat Schnitte Die hat auch Chatroulette an Und wir spielen das so lange raus Auch wenns tausend Jahre dauert Ich sollte mal den Timer starten Bis wir uns mal finden Mal einfach mal starten Ich hoffe wir finden ein paar gute Leute Hallo Ein paar Komische Leute sind schon da Warum hat die ein Standbild alter Ich kicke Hallo 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 Ich kicke Ich kicke Jetzt muss ich was zensieren Fuck Boah geil Ich war voll am kiffen Was war das jetzt? Ich war voll am kiffen Das ist es später Hallo 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 Kanada Hallo Du siehst langzang Hallo Moin moin Es gibt voll viele Leute Die kommen aus Türkei Ich lach dich an Mach doch mal was So viel mehr alter So viel mehr alter Vorher war es lustig Oh mein Aber der eine gerade Aber der eine gerade eben hat geschrieben Man sieht ihr Lappen Hauh 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 Ich versteh das nicht Das ist alles dran Ja Webcam Das seht ihr meine Webcam hier Mein mic Äh Das ist ja just Also... Name, Banana, Age, 999, genau, what? Location, Banana, Tone, Bananisch, einmal Banana. So, Dates hab ich nix. Decks? Hm... Nichts. So, wenn das aussieht, brauchen wir da auch nix. Search. Webcams hab ich nur eingestellt. Premium hab ich nicht. Account. Geile Nuss-Nuratschnitte! Geile Nuss-Nuratschnitte. Die müssten... Wir müssten die normalerweise hören. Was hast du... Der hatte... Voll die komischen Leute drin. Das ist so richtig... Auf Dicken sein Bild. Oh yeah... Nooo... Ach, jetzt geht's weiter. So... Ich bin einfach... Hiphop. Hiphop! Warum skippen die alle... Dat is ne... Dat kann ich nicht... Dat... Nee... Nee... Oh, geil! Geil, Longhorns! Geil! Longhorns! Warte mal, Skipp! Was machst du denn da für komische akrobatische Königste, Alter? Naubitus? Naubitus? Hey, Risse, Mann! Mein Auge juckt, ich muss in mein Auge reingehen! Du guckst ja wieder so vollkommen hysterisch verstört. So! China! Geil! Du bist ja auch so ein Steckengestell, Alter! Danke! Du bist auch so ein Steckengestell! Total! Der holt sich da einen runter, du lachst! Der holt sich da einen runter, bis... Geil! Mies! Der holt sich da einen runter, bis... Geil! Hey, und der, als du da gekommen hattest, hat er den Hauptgehörter der Weg. Der hat er gelacht. So! Was? Fuck! USA and Israel! Ey, Pizza! Skyped! Ah geil, ich kann noch Zeichnen! Ich will aber nicht unbedingt rot! Genau! Ah geil, ich kann noch Zeichnen! Ich will aber nicht unbedingt rot! Ich will aber nicht unbedingt rot! Hahaha! 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 Mach doch mal kurz! Kriegst du das? Hahaha! Hahaha! Du hast hier vorst du... Oh, jetzt mach! Hahaha! 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 OAN OPA! Hahaha! Haa! War das in Europa? Ja und der hat gleich gelacht und rückfangen. Hahaha! Loll! HALO! Was hat der? Ich will gerade ein Penis machen Guck mal Penis Guck mal da Was? Nicht auf das Mikro hauen Das macht Knacksen Knacksen Guck mal das einen an Hör auf dich zu hauen Da ist gerade einer da freut sich WTF wenn ihr jetzt seine Chatroulette Seite sehen könnt Das wäre abnormal Machen wir mal skip hier Understand Kingdom Stream Das ist dasselbe Location Mach doch mal was Der hat sich bestimmt auch einen gerade eben geschaut Noch so ein Opa Oh ja geil Na Mimich hätten Google Aber Warte Nein Was war das? Warte mal hör mal auf zu skippen Hör mal auf zu skippen Skipp mal nicht Nicht ich Nein skipp du mal nicht Mach nix Ich hab so das Gefühl wenn du skippst Skipp meiner mit Wenn deiner wechselt wechselt meiner mit Wenn du da drückst WTF? Was ist los? Sind das einfach nur Leute die auf irgendwie so geile Schnitten da aus sind Oder sind das einfach nur Leute die biegen da ziehen Die einfach nur da drinnen gehen und dann ziehen Hör weg Hör weg Hör weg Oh geil Polen Polen Geh weiter Ah Ah Oh Zitten Mit Schwanz Das sieht mir so aus wie so eine dicke Knollnase Drei Drei Nasenlöchern Drei Nasenlöchern Oh Machst du weg Hallo Lach doch Lach doch Hör weg Hör weg Kennen sie schon das? Hast du schon mal das gesehen? Da hat Angst Da hat Angst Camp 6 von Wormeinander Oh nein Mann das Deutsche es gibt einen Hallo Pole Hör weg Er denkt grad über Gott und die Welt nach Hör weg 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 Sag nie wieder meinen richtigen Namen Jetzt muss ich schon wieder was rauskippen Nerf mir nicht Nö Hör weg 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 Ich könnte auch genauso gut die Webcam von da nach da verfrachten Also von da nach da Was war mein Unterschied? Weil da meine Uhr ist Und wenn ich da drauf guck und dann gleich Webcam Und da äh ja genau Hör weg Der vorzumgeist Google Translate Translate Deutsche Finde ich toll dass das ne Deutsche ist Hör weg Hör weg Hör weg Hör weg das ist Hör weg аз Alter, das sah gerade immer aus wie Herb-Tutorial. Echt? Ja. Du wirst es... Wo? Ja, geil! Nee, geht doch. Ich hab vorhin den... Du hast ja eh vorhin. Schau, was? Ähm... Ja. Alter, wie viel hier drin? Ich muss langsam mal die Maske ausbringen, weil da runter wird's... Das Gesicht, das kann ich auch. Geil! Oh, Roland. Wo? Oh, Mann. Sie kann dich nicht leiden. Ich will sogar nicht Titten malen, Alter. Guck mal. Guck mal, Titten. Was? Jetzt macht er mich gleichzeitig in Chat-Roulette von zwei Teilen rein. Jetzt hat er mich einmal mit seinem Laptop und einmal da so... Hallo! Geh weg. Und einmal ich mit mich. Also ich mit... Den hatte ich doch vorhin schon mal! Nee! Doch! Den hatten wir schon mal! Nee! Das wird so... Ich kann mich grad nicht auf zwei Monitoren gleichzeitig... Ich war in der Nase, die juckt gerade. Ich kann mich nicht auf zwei Webcams... Ich kann ja so machen. Also so. Ja! 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 Was machen die da? Das hat sich grad eben angehört. Alter, warte mal! Es gibt doch so einer, der sieht so ähnlich aus! Hab ich doch gesagt, da war gerade einer! Der hat sich in die Kamera sein... Webcam verstellt! Nee! Oder? Nee! Es gibt so einer... So! In... Boah, warte noch mal! Das ist ein Promi! Ein Promi! Hallo! Nein! Guck mal, ich weiß noch! Noch ein Chinesenschlitz! Hallo! Hallo! Voll geil! Also ich hab mir ganz ehrlich ein bisschen mehr erwartet! Folgt dir vor allem! Teele, du Lappen! Boah! Ich hoffe nur, da tut man richtig gut! Da tut ich... Boah! 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 Ich hoffe, da zieht man nicht, was ich jetzt gerade mache! Ja, okay! Der erstellt die Dateien gut! 11 GB sind sie schon draus! Ja! Stop! Start! Spindable! Was? Den hatten wir doch gerade eben schon! Ja, geil! So nen Laptop will ich auch sehen! Jetzt hör's! German! Äh... Standbild! German! Standbild! German! 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 Ich könnte auch... Genauso gut könnte ich auch das da machen! Oder C glaube ich nicht so gut! Na ja ich sag... Hast grad gesehen ey! Dis war vorbei! Ja... Noch näher... Ohhhoohh is da pitzig! Ist das lustig. Du hättest jetzt einfach mal reingedrückt. Ich sitze jetzt zwar voll schräg drauf, aber egal. So. German? Schweizerland. Pilzland. Alter, du Pilzpapp. China! Hahaha. Ey guck mal, da ist was für dich. Boom, 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 boom. Die Halbzeit rutscht. Hör auf, nein, nicht reindrücken. Kann auch genauso gut. Warte, hör mal was. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwas von der Audioqualität tut. Das wird auf jeden Fall was tun. Alter Digger, was geht? Hey! Also da kriegst du geileres Frauen und alles rein als ich. Ich krieg noch so scheiß Schwanzmänner, Alter. Du bist einfach da froh! Ich bin da froh! Aber das dürfte eigentlich nicht so arg ins Mikro rauschen, weil wegen Gummischutz hier. Wirkt ja im Ähnlichen wie ein übertriebener Popschutz. Ups. Alter, guck mal vor die Nuss Nougat Schnitte! Wie geht es jetzt? Ne, was machst du? What are you doing? Was? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Was? 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 Warte, nein, der bewegt sich im Kopf. Sieh mal noch, tschüss! Alter, darf ich noch einen Schwanz zensieren? Zeig dir, was behindert dir die Hut. Oh meinst du rein in die Kamera? Ey, guck mal. Ey, du bist sexy. Die findet mich voll sexy da. Bämst du? Warte, hab ich gerade eben gemacht, Alter. Hat sich die Webcam von der Camp geschlagen? Ein Kinderzau. Mal, Xing-Zang-Zau. Nimmst du gerade? Ja, oder? Ja. Na gut. Noch mal, Xing-Zang-Zau. Zang-Zang-Zau. Ja, mach ich. Fand halt. Die Leute hier sind so langweilig. Da finde ich die Webseite, da geht's viel besser. Da geht viel bessere Partner rein, Alter. Da wechsel doch. Alter, warte mal. Ey, hör das mal. Ne, ich hör mir das nicht an. Ich mir nicht. Warte mal, machen wir was anderes. Machen wir mal, Serge. Wissen und Wissen. Oh, die Camps. Hör die Klappe, Kevin. Da finden wir vielleicht ein bisschen mehr. Die husten. Du Trottel. Nichts Lachen. Warum husten die, Alter? Das ist rot. Ja. Das ist halt das Blöde jetzt bei dem... Oh. Aber ich hoffe mir dadurch jetzt einfach mal ein bisschen... Andere Leute. Geh mal weg von meiner Nase, die Lappen. Das ist ein schwarzer Mensch. Der weiß nicht, was er tut. Und ihr wisst ihn erst recht nicht. Entschuldigung. Ja. Hör doch aufhören, ohne drauf zu drücken, du Lappen. Ja. Seh seh. Viel besser. Ja, guck mal. Die ist gleich weg. Partner ist noch weg. Von der Kamera. Alter, ein Deutscher. Ein Deutscher. Ey, Kevin, du verpasst was. Ne, das will ich nicht verpassen. Das will ich echt nicht verpassen. Ne, das will ich verpassen. Denn... Ey, gib mal weg. Gib mal. Gib mir zurück. Alter, die Ohren, die reinigen die Kopfhörer. Die Kopfhörer reinigen die Ohren. Was ist los? Die Kopfhörer reinigen die Ohren. Gib mal schreien. Nein, das ist ja ja schlecht. Ja, das ist ja schlecht. Das ist ja schlecht. Das ist ja schlecht. Nein, 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 nein. Das war ein Deutscher. Aber der hat gerade eben geschrieben, playing with my pussy und ich habe nur eines gemacht das ist doch ein bisschen das ist doch ein bisschen fummellig wenn man da die wirkt man hat gewollt das hat auge überhaupt mal richtig sitzt das auge ich könnte noch was viel krankeres machen gehen wir da oben da ist eine sonnenbrille sonnenbrille kein stein das sieht doch schon viel stylischer aus nur die sandre ist voll voll dreckig warum warum skippen die leih die eine so voll am tanzen und yo alter diga hat man skippt mal die hieck englisch also gut wie lange denn noch mit der ja wo auch mal noch was zensieren auch mit einer das sieht aus wie dem pv ja ok gut vielenfalls wie einer aus unserer klasse der italiener aus unserer klasse ich sage jetzt nicht den namen ah die nase juckt die finden mich halt stylisch nö die waren glaube ich noch freunde finden du nicht na warum warum freunde finden warum ist so wie sie mir hier bezahlt hat es ey guck mal sag das doch nicht ja das hat ja auch youcan ist das geil ist das geil ich sollte hierbleiben aber das geht schon 21 minuten scheiße so lange wollte ich ja gar nicht machen aber ich will ja gerade na egal dann würde ich sagen ich unterbreche jetzt hier mal die aufnahme mach dann irgendwann noch einen zweiten part daraus vielleicht vielleicht aber auch nicht das wird auf jeden fall irgendwann noch fortgeführt ne hat die fresse du Lappen webcam weg hut weg das gelass ich einfach mal auf ja sonst versteuer das mikro warum zens die zensiert ihre augen warum macht die sowas das sind wieder so rätsel die kann nur doch ne das war was anderes sagen wir mal einfach einen fall für galileo mystery ne ja haha ich würde dann sagen vielen dank fürs zugucken bis zum nächsten mal wenn ihr mehr wollt schreibt es in die kommentare dann werdet ihr sowieso machen aber egal start button bis zum nächsten mal oder weiter sagt tschüss sagt tschüss sagt tschüss sagt tschüss sagt beide tschüss tschüss dass objection kommen roh bei bei Hahahaha Hahahaha